Ja, dann kommen wir zu unserem Besteck & Go. Das Tolle ist, der hat ein Etui, was ich ganz praktisch finde, denn so wird euer Besteck, wenn ihr es in der Handtasche oder so habt, nicht dreckig und auch wenn ihr es dann benutzt habt, könnt ihr es halt zumachen und eure Tasche wird dann davon nicht dreckig. Also ihr könnt es einfach hier so öffnen und da habt ihr es auch schon. Ihr habt Gabel, Messer und Löffel dabei, ideal für unterwegs, also ihr braucht keinen Einweg mehr benutzen. Perfekt, ihr habt das mit dabei. Das lässt sich hier auch, ihr seht es auch, glaube ich, Moment, so. Hier könnt ihr es halt schön einstecken, alle aufeinander und dann einfach wieder ins Etui packen. Ist auch, glaube ich, auch ganz schön für diejenigen, die Kleinkinder haben, als kleine Rasse zur Beschäftigung. Die Kinder lieben ja meistens eher andere Sachen als ihre eigenen Spielsachen, also kann man es auch nochmal so zweckentfremden und ja, richtig toll.